Hallo, mein Name ist Nils Starke, Kommunalpolitiker vor Ort. Ihr kennt mein Format und gerade stehe ich vorm Nachbarschaftsmarkt. So, der ist jetzt nicht mehr ganz so neu, allerdings was drin ist. Und zwar hat hier jetzt eine Bäckerei aufgemacht, die Bäckerei C-Brunch. Wenn es euch interessiert, kommt doch einfach mal mit. Und jetzt stehe ich gerade im Nachbarschaftsmarkt und bei Sineb und Hatice. Ja, hallo, ich bin der Hatice. Wir haben heute neue Öffnungen. Wir bieten an warme Theke, ausgemachte Kuchen, Torten. Mit unserer Feinkosttheke bieten wir Ihnen auch unsere selbstgemachte, hausgemachte Leckerei. Kommt einfach mal vorbei und wir würden uns auf jeden Freunden und natürlich auf Lob und Kritik. Sind wir bereit jederzeit? Ja, bis bald! So, ich habe ein paar Oliven gefüllte Weinblätter mitgenommen, belegtes Brötchen. Also ich finde, das ist eine super Sache und wieder ein wichtiger Aspekt zum Thema Nahversorgung in den Ortszentren, jetzt hier in dem Fall im Haken in der Rammstadt. Unterstützt die Bäckerei, geht gerne hin und teilt den Beitrag. Wir sehen uns! 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 Untertitelung des ZDF, 2020